Aktion Mensch bedeutet für mich, Freiräume zu schaffen. Wir sind heute nach Frankfurt gefahren, im Senckenberg-Museum. Die Kinder können was Neues dazu gewinnen, den Horizont erweitern. Setz euch mal diese riesengroßen, hausgroßen Dinos vor. Diese Tierwelt, diese Ruhrzeit gestalten zu sehen, das ist dermaßen wow, Hammer. Das sind Highlights auch und dafür sind wir da.